Wie sieht eine gelungene Masterarbeit aus? Eine Masterarbeit ist dann gelungen, wenn auch der Vortrag interessant ist und man sich als Betreuer, Betreuerin denkt, dass das spannend war, was man jetzt gehört hat. Dass das etwas ist, was ich nicht selbst an einem Tag durch Recherche mittels Google und in wissenschaftlichen Bibliotheken herausfinden kann, sondern wo Dinge gemessen wurden, gezeigt wurden, wie das im wirklichen Leben funktioniert, die vielleicht so nicht erwartet wurden oder wo einfach bestätigt wird, dass irgendwelche Aspekte nach wie vor zutreffen, die das letzte Mal vor fünf oder zehn Jahren gemessen wurden. Also für die Bewertung einer Masterarbeit gibt es mehrere Aspekte. Einerseits soll sie formal korrekt sein, das heißt, die Rechtschreibung sollte passen, der Aufbau sollte so sein, wie es in unserer Wissenschaftsdisziplin üblich ist. Die Literaturzitate sollten korrekt sein, also das ist der formale Teil der Arbeit. Und beim Inhalt ist es für mich wichtig, dass der eigene Beitrag klar erkennbar ist und auch abgegrenzt ist zu dem Related Work, was andere Leute gemacht haben, worauf man aufbaut und dass das klar kommuniziert werden kann. Und das ist immer dann der Fall, wenn die Arbeit relativ fokussiert ist und man nicht zu breit ist. Also man kann nicht alle in einer Masterarbeit, die soll ja auch nicht so lange dauern, dann kann man nicht zu viele Probleme lösen. Und eine Gefahr ist es, dass man ein zu breites Thema wählt, wo dann die Tiefe fehlt. Das äußert sich dann daran, dass es einfach langweilig ist zu lesen. Um es in einem Satz zu sagen, es soll schon interessant sein, für mich als Betreuer die Arbeit zu lesen und sie nicht nur deshalb lese, weil ich sie lesen muss und dafür bezahlt werde. Eine sehr gute und gelungene Masterarbeit ist eine Masterarbeit, in welcher jemand imstande war, seine Ideen, seine Vorstellungen unter Eranziehung der Methoden und Theorien des Pfarrers darzustellen. Das sollte eine Arbeit sein, die mit viel Spaß und auch Interesse geschrieben worden ist. Eine Arbeit, die man herzeigen kann, die man auch vielleicht im Beruf brauchen kann. Eine Art Visitenkarte sollte es sein. Und weiterhin, wenn jemand weiter studieren will, das sollte eine Grundlage sein für eine Doktorarbeit zum Beispiel. Ja, also zunächst mal ist eine gelungene Masterarbeit klar beschrieben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zu lernen, längere Texte zu schreiben, involviert auch einfach ein bestimmtes handwerkliches Können dessen, wie schreibt man einen gelungenen Satz, wie schreibt man einen gelungenen Paragrafen, wie strukturiert man ein größeres Argument. Das wird häufig von Studierenden unterschätzt, ist aber absolut wichtig. Also ich würde sagen, die Hälfte der Masterarbeiten, die ich betreue, gebe ich am Anfang schon den Studierenden häufig einige Bücher von Wolf Schneider. Das ist ein Journalist, der hat Bücher geschrieben, eigentlich für Journalistinnen. Wie schreibt man elegantes Deutsch oder auch elegantes Englisch und wie strukturiert man ein Argument. Also erst mal dieses Handwerkliche, jemand kann sich klar und deutlich ausdrücken, in gelungenen Sätzen, Paragrafen und Abschnitten. Das ist erst mal das Erste. Das Zweite, was ich gerne in einer Masterarbeit sehe, ist, dass der Studierende eine gewisse Begeisterung für das Thema mitbringt. Dass man gleich das Gefühl bekommt, das ist jetzt nicht jemand, okay, jetzt muss ich auch noch die Masterarbeit irgendwie runterleiern, sondern dass man das Gefühl hat, der Studierende hat ein Thema gefunden, das ihn oder sie wirklich fasziniert und zudem sie tatsächlich auch etwas herausfinden will. So, also erst das Erste ist das handwerkliche Können, das Zweite ist die gewisse Begeisterung. Naja, das Dritte ist dann natürlich, dass man eine gute These hat und sei die These auch begrenzt in einem kleinen Bereich, aber man hat eine Stelle gefunden, wo man tatsächlich etwas Originelles beitragen kann und tut es dann auch. Und dann natürlich auch solche handwerklichen Sachen, wie man kennt sich mit der relevanten Literatur aus. Es ist nicht so viel Literatur zitiert. Den Fehler gibt es nämlich auch, dass man versucht, möglichst alles mal irgendwo zu erwähnen. Das kommt nicht gut an bei mir. Aber natürlich umgekehrt auch, wenn man merkt, der Studierende hat sich nicht wirklich auf die relevante Literatur eingelassen, ist natürlich auch nicht so gut. Also idealerweise, man hat einen gelungenen, klaren Text, auch mitunter ein bisschen unterhaltsam in seinem Stil, wie er geschrieben ist. Man kann das Argument gut nachverfolgen. Es ist etwas Originelles gesagt und eine gewisse Begeisterung ist mit dem Spiel. Die Masterarbeit in unserem Fachbereich basiert ja meistens auf der Darstellung, Bewertung und Einordnung eigens generierter Daten im Labor zur Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung. Für mich sieht eine gelungene Masterarbeit so aus. Ich schlage die Masterarbeit auf, lese das Abstract, die Zusammenfassung, sehe mir die Grafiken der Ergebnisse an und lese eine schlüssige Schlussfolgerung. Das Herzstück einer Masterarbeit ist für mich neben einer klaren Zusammenfassung vor allem der Ergebnisteil. Hier sehe ich mir besonders auch die Grafiken und Abbildungen an. Diese sollten schön und übersichtlich gestaltet sein mit einer guten und selbsterklärenden Abbildungsbeschriftung. Eine Grafik sollte wirklich für sich selbst stehen können. In der Einleitung können selbst erstellte Übersichtsabbildungen oder die Darstellung molekularen Mechanismen eine Masterarbeit eindeutig aufwerten. Hier merke ich einfach, die Masterstudierende, der Masterstudent hat sich auseinandergesetzt mit dem Thema und ist wirklich in die Tiefe des Themas eingetaucht. Beim Lesen der Masterarbeit achte ich besonders auch auf einen guten Textfluss und auf einen logischen Aufbau der Masterarbeit. Bei den Textpassagen ist auf einen flüssigen Textfluss und auf eine klare Formulierung zu achten. Vor allem auch in der Diskussion geht es nicht nur darum, einzelne Publikationen nacheinander zu reihen, sondern auch wirklich darum, die eigenen Ergebnisse in die Publikationen einzuflechten und hier einen schönen Textfluss zu generieren. In unserem Fachbereich ist es natürlich auch wichtig, wissenschaftliche Formulierungen zu verwenden. Poetische Formulierungen oder Ausschmückungen sind hier wirklich fehl am Platz. Für mich bedeutet eine gelungene Masterarbeit auch, die eigenen Ergebnisse in der Diskussion wirklich kritisch zu beleuchten und sich damit auseinanderzusetzen im Kontext mit dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand. Hier geht es auch darum, zu akzeptieren, wenn vielleicht auch kein Ergebnis generiert wurde, dass dies auch ein Ergebnis ist.